So, das heißt, hier sind wir fertig und müssen über die Brücke. Das heißt, wir haben wohl auf diesem Stockwerk viele Ogre. Sollen wir also mal einen Quick-Safe machen. Ja, und Ogre kann man leider nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diese Ogre scheinen ja eine einzigartige Rasse zu sein. Wenn wir uns nur mit ihnen unterhalten könnten. Wir haben uns mit allem unterhalten. Ist das Ogre-Blut? Ja, das ist Ogre-Blut. Ein einzelner Ogre ist zum Glück nicht so wild. Der muss aber trotzdem schön einstecken. Aber er hat doch 800 HP. Ja, da ist Zoller. Wir gehen aber erst mal außen rum und gucken. Und noch überall Ogre rum. Wer ist da? Weil Zoller ist definitiv schon mal nicht allein in ihrem Zimmerchen. Oh, Schleim. Schwarzer Schlamm. Okay, schwarzer Schlamm. Weiss da ist. Weiss da ist. Also ja gut, schwarzer Schlappen ist zum Glück eher harmlos. Schau da! Noch eine Falle in Schaft? Wie sieht es mit unserem Level-Up aus? Ah, sind wir noch ein Stück weit von weg. Oh, drei, oh Gott, das wird interessant werden. Oh, und das eine ist sogar in Ruhe, ne? Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh, nein! Watch it with that! Oh, 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 oh. Okay, ich lad mal. Mäh. Hatte ich keinen Quicksave gemacht? Doch, hatte ich eigentlich. Der müsste aber weiter unten sein, hä? Ja. Okay. Okay. Das ist nicht gut. Okay. So, jetzt wieder die zwei. Einmal umwerfen. Den anderen ordentlich zusetzen. Ja. Ja. Okay, falsche Taste gedrückt. Nee, die Säule behalte, die hebe ich mir mal auf. Was halt echt doof ist, ist, dass man bei Druiden und so... Also bei Priestern und Druiden nicht die Zauber ausblenden kann, die man nicht möchte. Es gibt ja kein richtiges Zauberbuch in diesem Spiel, sondern das Zauberbuch ist ja ein Gegenstand. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, dass es Zauber der neunten und zehnten Stufe eigentlich geben sollte, aber keine Zauberslots dafür. Ja, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welches... Ah, Level 8. Das heißt... Das alte Level-Cap war ja 12 vom Hauptspiel. Zum Glück bin ich den Urgang da drin, noch egal. Durch die beiden DLCs, also die White March DLCs, ist es aber, glaube ich, zwei oder vier Level angestiegen sogar. Das ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. Das ist ein Schädel. Ich werde sehen, was ich kann finden. Interessant. Schau da! Einen Fallen gegen sie zu nutzen. Tag Kumpel. Im Falle entschärft ständen die beiden zu nahe ineinander. Okay. Oder kann ich immer nur eine stellen? Kann immer nur eine stellen, auch gut. So. So. Und der latscht natürlich direkt dann vorbei. Gut, alle auf Feuerball die mal. Okay, wenn ihr schon nicht direkt angreifen könnt, dann schießt ihr halt. Mit. Ja, die Tomac vorne die Stellung hält. So. 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 Oh, okay. Den... Den Schamanen haben wir gar nicht erwischt. Ich bin hier. okay der wird sauber gegen uns verwenden hier habe ich was für dich oder auch nicht du bist tot auch gut ich bin hier ok da oben sind aber auf jeden fall noch oka na ballast wow dafür hat sich die falle echt gelohnt aufzustellen aufzustellen ja Dead on! Stand together! Hallo? Hallo? So, das war das. Oh. Dieses Holzgerüst ist verfaut und unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen. Daneben lassen sich Spuren einer Ausgrabung finden, die offenbar vor langer Zeit aufgegeben wurde. Ja. Hier sehen wir ganz schön die Ebenen, die wir bis jetzt haben. Also das war die erste Ebene mit... ... 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